So, Herr Freaks, wir haben uns heute entschieden, die Bottle Cap Challenge mit Pfeil und Bogen mal zu probieren. Das Toni und ich, mit einer kleinen Besonderheit, derjenige, der gewinnt, hat die große Ehre, dem anderen eine ordentliche Portion Sahne auf einem Plastikteller schön in die Fresse zu hauen. Dann schauen wir, was das Ganze jetzt gibt. Klare Regeln sind, Flaschendeckel muss fliegen, Flasche muss stehen bleiben. Okay, hier, dass man das Ganze mal sieht, hier ist das Fläschchen, ist auch nicht fixiert, also noch nicht, machen wir dann kurz, nachdem wir das Video dann ausgemacht haben. Deckel muss fliegen, Flasche muss stehen bleiben. See you. Also, wie jetzt unschwer zu erkennen war, habe ich leider diese Challenge verloren. Aber, naja, Spielschulden sind halt quasi Ehrenschulden und von daher mache ich Glückwunsch nochmal an den Stoni. Also, da steht es auch. Dann Feuer frei. Ich habe mich gesagt, ich habe mich gut gemacht. Challenge komplett. Chris. Musik, Schumacke. Musik.